Ja, Thomas, ich komme gleich wieder. Ganz anderer Sitz. Das ist ja wirklich ganz besonders. Made in DDR. Das ist ja wirklich hier ein richtiger Schatz, den man in den Händen hält. Das kann nicht jeder sehen. Das ist ja wirklich alles hier so richtig original. Kann man richtig spüren. Ah, Pfefferminz vom Nordbrand. Ordentlich mit Pfiff. Wie sagt man nochmal hier in dem Osten? Brost. Das ist wirklich stark. Das ist ja so ein Wohnen. Man muss alles mitnehmen. Alles muss man mitnehmen. Das sind Erfahrungen fürs Leben. Das ist aber auch ganz schön. Stark. Das Radio, aber das mache ich mal lieber nicht an. So kommt das hier noch jemand mit. Das ist die Kerstin, ganz schön wütend. Kommt da jemand? Ich muss mich beeilen. Mache ich noch ganz schnell ein Bild. Das kann ich mir dann hinhängen und immer sagen, ich war im Osten. Kiek?